Markenqualität aus dem Münsterland. Mit dieser praxiserprobten Profi-Deckenbefestigung aus hochwertigem und rostfreiem V2A-Edelstahl von Pina Design setzen Sie auf einen sicheren Halt im Innen- und Außenbereich. Die Ankerplatte sowie die Befestigung sind bestens geeignet zur Anbringung eines Hängesessels, einer Liebesschaukel oder einer Hängematte. Es sind nur zwei Bohrungen in Beton, Holz oder Mauerwerk notwendig für einen tragfähigen, stabilen Halt. Dank der verlängerten Aussparungen erlaubt die Deckenbefestigung eine optimale Ausrichtung und vereinfacht somit die Montage erheblich. Eine ausführliche Montageanleitung auf Deutsch samt Hinweisen und Tipps gibt es inklusive. Die Ankerplatte ist aus einer massiven 6 mm dicken V2A-Edelstahlplatte gestanzt und ebenso sind der Qualitätsdrehwirbel und der Karabinerhaken mit Schnapper aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Die komplette Befestigung ist rundum witterungsbeständig und robust. Das enthaltene Befestigungsmaterial stammt von dem deutschen Markenhändler Würth. Der Injektionsmörtel von Mungo ist made in Switzerland. Mit den beiliegenden Holzschrauben kann die Ankerplatte tragfähig in allen Holzwänden, Bohlen und Sparren verankert werden. Mit unserem Fixankern gelingt ein stabiler Halt in ungerissenem Beton. Unsere Gewindestangen inklusive Kleber sorgen für einen dauerhaften Halt in Vollstein und mit zusätzlichen Siebhülsen auch in Lochstein. Vertrauen Sie auf unsere praxiserprobte Profi-Befestigung. Optimal geeignet für verschiedenste Einsatzzwecke und hohe Anforderungen.